Kein BEM, aber andere gesundheitsbezogene Gespräche führen? Ist das legal? Das, liebe Kollegen, werde ich häufig gefragt in der Kanzlei. Mein Arbeitgeber bietet keine BEM-Gespräche an, seit Jahren nicht. Aber andere Gespräche mit Gesundheitsbezug, Krankenrückkehrer oder Welcome-Back-Gespräche, die führt er doch. Ist das zulässig? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Krankenrückkehrergespräche sind nicht per se verboten, aber sie sind mitbestimmungspflichtig. So steht es in § 87 Abs. 1 Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz. Will der Arbeitgeber derlei Gespräche führen, muss er Sie als Betriebsrat um Ihre Zustimmung bitten. Die können Sie erteilen, Sie müssen es nicht. Mein Vorschlag ist, erteilen Sie keine Zustimmung. Seit 15 Jahren gibt es das BEM-Gespräch. Eine sinnvolle Einrichtung. Denn mithilfe des betrieblichen Eingliederungsmanagements, geregelt in § 167 Abs. 2 SGB IX, werden typischerweise gefährdete Arbeitsplätze gerettet, auch mithilfe von außen. Seit mindestens 150 Jahren gibt es Krankenrückkehrergespräche. Und Ihr Ziel oftmals scheint auch klar zu sein, den Arbeitnehmer loszuwerden, jedenfalls aber auszuhorchen. Wenn BEM-Gespräche und Krankenrückkehrergespräche parallel geführt werden, dann wird das hehre BEM-Ziel nicht erreicht, sondern konterkariert. Denn was nützt das beste BEM-Gespräch, wenn der Arbeitnehmer nebenher unter Druck gesetzt wird in anderen gesundheitsbezogenen Gesprächen? Haben Sie dem Arbeitgeber bereits die Zustimmung erteilt, derlei zusätzliche Gespräche zu führen? Dann kassieren Sie diese Zustimmung. Gibt es eine BV zu Krankenrückkehrergesprächen? Dann kündigen Sie diese. BEM-Gespräche muss der Arbeitgeber ohne dies anbieten. Und wenn der betroffene Arbeitnehmer damit einverstanden ist, auch führen. Also mein Rat an Sie. BEM-en Sie und schaffen Sie das Schatten-BEM. Anderweitige gesundheitsbezogene Gespräche in Ihrem Betrieb ab. Nach 15 Jahren wird das Zeit. Mein Name ist Niklas Pastie, Arbeitnehmeranwalt aus Berlin. Ich unterrichte für die WAF. Und schauen Sie mal. Der nächste Clip. Nur für Sie. Ein interessantes Produkt der WAF. Würde ich mal reinschauen. Und hier geht es zum Abo. Noch ein interessanter company? Aber das ist Sócrates. Jetzt geht es zum Abo. Und dann wird es über cube. Und dann wird es zum Abo. drawnивается es zum Abo.